Sei auf der Hut, wenn Du diese Zeichen des Bösen in Deinem Leben entdeckst. Es mag sich verrückt anhören, aber Flüche existieren tatsächlich. Sie tun es ab dem Moment, wo wir an sie glauben. Und seien wir ehrlich, wirklich das Gegenteil beweisen kann bislang niemand. Also tun wir gut daran, diesem heiklen, mystischen Thema mit ein wenig Respekt und Ehrfurcht zu begegnen. Menschen sind uns nicht immer wohlgesonnen und so mancher kann tatsächlich derart heftigen Groll gegen uns hegen, dass ein Fluch die angemessene Rache zu sein scheint. Woran Du erkennen kannst, dass Dich jemand mit einer derartigen Verwünschung belegt hat, das verraten wir Dir in unserem heutigen Podcast. Wenn Du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir Dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Persönliche Gegenstände verschwinden plötzlich. Unheimlich und lästig zeigt sich ein Fluch, der unter anderem dadurch in Erscheinung tritt, dass er das Chaos in Dein Leben bittet. Selbst die organisiertesten Menschen fangen dann nämlich an, alle möglichen persönlichen Gegenstände zu verlegen oder gar auf Nimmerwiedersehen zu verlieren. Besonders beliebt sind dabei Handys, Schlüssel, Brieftaschen oder Armbandohren. Sie zählen zu den Objekten des täglichen Gebrauchs und genießen extra viel Körperkontakt mit uns. Daher sind sie uns sehr nahe und ein Fluch, der sie sozusagen als Faustpann nimmt, schafft dadurch den Sprung in unseren engsten Kreis. Stellst Du ein solches mysteriöses Verschwinden in Deinem Haushalt fest, kann eine Verwünschung der übelsten Art dahinter stecken. Nummer 2. Seltsame Symbole oder Artefakte kreuzen Deinen Weg. Es müssen nicht gleich Voodoo-Puppen oder ein Rudenfuß sein, die den Weg zu Deinem Haus oder Deiner Wohnung säumen. Achte auf alles, was Dir unnatürlich oder unpassend erscheint. Das kann seltsam arrangierter Müll sein, besonders geformte Zweige oder Graffiti, die Dir anschließend etwas mitteilen sollen. Zeichen sind immer dann bedeutungsvoll, wenn wir uns von ihnen unmittelbar angesprochen fühlen. Denn kreuzen sie Dein Blickfeld und Deinen Weg, sind sie ziemlich sicher für Dich bestimmt. Du spürst ihre Botschaft wahrscheinlich im Bruchteil einer Sekunde. Spätestens dann, wenn Dir die Haare zu Berge stehen und sich Gänsehaut bemerkbar macht. Nummer 3. Negative Gedanken quälen Dich und lassen Dich nicht mehr los. Je nachdem, wie stark und mächtig ein Fluch ist, kann er sich sogar in Deine Gedanken drängen. Manchmal nutzen die Absender eines Fluches unsere Schwachpunkte aus, um sie gegen uns einzusetzen. Wenn Du also von Haus aus dazu neigst, Dir viele Sorgen zu machen oder über alles intensiv nachzudenken, kann ein Fluch diese Angewohnheit bis zur Unerträglichkeit verstärken. Du wirst Dich in einem schwindelerregenden Gedankenkarussell wiederfinden, das Dir keine Ruhe mehr lässt. Jemand versucht auf diese Weise, nicht nur Dein Denken zu manipulieren. Sie oder er will, dass Du keine ruhige Minute mehr in Deinem Leben hast. Nummer 4. Du findest zerbrochenes Glas rund um Haus oder Garten. Nicht immer treibt eine diebische Elster ihren Spaß mit Dir, wenn Du Glas oder Spiegelscherben in Deinem Garten findest. Spitze, scharfkantige Gegenstände eignen sich nämlich auch ganz hervorragend dazu, um mit einem Fluch belegt zu werden. Anschließend deponiert man sie in der Nähe seines Opfers, um auf diese Weise eine Brücke zu schlagen und eine sichtbare Verbindung herzustellen. Scherben bringen nicht immer Glück, also gib Acht, ob Du solche oder ähnliche Bruchstücke irgendwo um Dein Haus herum verstreut findest. Nummer 5. Ein tierischer Spion sucht Deine Nähe. Wer einen Fluch aussprechen kann, ist auch dazu in der Lage, sich tierische Schützenhilfe dafür zu holen. Schwarze Katzen, Raben oder andere Tiere stehen seit jeher in dem Ruf, sich gerne mit der dunklen Seite der Menschheit einzulassen. Verhält sich ein Tier in Deiner Nähe auffällig und sucht immer wieder Deine Nähe, dann kann es sich dabei um einen Verbündeten handeln, der Dich und Deine Gewohnheiten ausspionieren soll. Achte einfach auf Dein Bauchgefühl, wenn sich plötzlich tierische Nachbarn und Wegbegleiter zeigen, die Du noch nie zuvor gesehen hast. Nummer 6. Andauernd bist Du erkältet, krank oder neigst zu Unfällen. Welchen Sinn ein Fluch ganz genau verfolgt, weiß vermutlich nur die oder derjenige, der ihn ausgesprochen hat. Soll er Dich bestrafen, ist eine Erkältung vielleicht nicht ganz zielführend. Sollst Du hingegen eine Weile außer Gefecht gesetzt werden, sind solche kleinen Unpässlichkeiten natürlich wie geschaffen dafür. Manchmal schalten düstere Zeitgenossen unerwünschte Konkurrenz auf diese Weise aus. Will man sie leiden sehen, lässt man das Unglück in Form von kleineren und größeren Unfällen über sie hereinbrechen. Manchmal passiert es auch, dass wir uns abfällig oder gemein über jemanden äußern und in der nächsten Sekunde stoßen wir uns den Zeh, stolpern oder rennen irgendwo dagegen. Das könnte man als eine Art Instant-Fluch betrachten, der uns ermahnen soll, von solchen Bösartigkeiten lieber Abstand zu nehmen. Nummer 7. Eine Pechsträhne hatte ich fest im Griff. Das wahrscheinlich bekannteste und deutlichste Merkmal eines Fluches ist die Pechsträhne. Wir alle kennen sie und jeder ist froh, wenn sie endlich wieder vorüber ist. Manchmal erscheint uns eine solche Häufung von Unglücksfällen und Pannen tatsächlich wie verhext. Was dann hilft, ist, einen kühlen Kopf zu bewahren. Auch die eine oder andere gute Tat oder Spende für einen guten Zweck kann die Dinge wieder ins Lot bringen. Wer verflucht wurde, hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch Karma gegen sich aufgebracht. Kräftig mit guten Absichten gegensteuern hilft. Unser heutiges Fazit Werde lieber zum Segen für dein Umfeld, bevor dich ein Fluch ereilt. Natürlich haben wir es nicht immer in der Hand, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Aber um verflucht zu werden, müssen wir uns schon so einiges geleistet haben. Es bringt allein schon deshalb nichts, wie die Axt im Wald durchs Leben zu gehen. Sei lieber freundlich und höflich, selbst dann, wenn alle anderen es nicht sind. Bevor sich jemand derart von dir bedroht, betrogen oder verletzt fühlt, dass er dich verfluchen will, lohnt sich ein Schritt zurück allemal. Du kannst natürlich auch auf potenzielle Feinde zu gehen und ihnen die Hand zur Versöhnung reichen. Sollte dich eine derartige Verwünschung doch einmal ereilt haben, hilft nur mehr eines. Der Fluch der bösen Tat kann ausschließlich durch eine gute Tat aufgehoben werden. Eine wäre ausreichend, zwei wären besser. Mit drei oder mehr uneigennützigen Aktionen wärst du auf der sicheren Seite. Du weißt ja, alle guten Dinge sind drei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald! Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald!